Sind wir fertig? Yes! Also, Easy Pac-Man, Mario und Cocktails und den ganzen Titan-Shit. Jay Pickford, Alter. Lass mal gehen. Cooler Bart. So viel scherde ich in jedem Fall schon mal fest. Da kann ich im Prinzip selbst kaum mithalten. Ich sollte meinen Sound auch anmachen. Warte mal. Moment, muss ich jetzt alle Münzen einsammeln? Die Frage ist, wo ist das Ziel von Pac-... Ach, Moment, ich muss wahrscheinlich alle Gegner töten. Oh, und einer davon hat bestimmt einen Schlüssel. Warte mal, das ist bestimmt der Plan. Danke für den Clips, Sam. Nein! Hashtag Samuhöpe, Alter. Hashtag Samuhöpe. Wie war der Geburtstag, Alter? Ich hoffe gut, was ist meine Aufgabe? Ah. Alle töten? Yes. Yes! Blonde Haare aber auch direkt. Wäre es nicht grausam? Stell dir mal vor, ich komme eines Tages, komme ich dann so in den Strömen und hätte dann auf einmal blonde Haare. Was soll denn Oma von mir denken? Entschuldige mal bitte. Jonas, grüß dich. Schönen guten Abend. Lange nicht... Robin! Hans, erzähl. Wir brauchen mehr Hashtags. Rautehut, Rautekruz ist schuld, Rautehochpo und Rautekruzfamilie. Kruzfamilie, heilige Scheiße. Robin, Dankeschön, Mann. Und natürlich wahre Worte, sehr gelassen ausgesprochen. So viel steht wohl fest, so viel steht wohl fest. Ja, sehr, sehr coole Idee, finde ich auch. Sehr, sehr, sehr cooles Level. Ich weiß gar nicht, wer das eingeschickt hat damals. Das ist alles noch übrig aus dem letzten Stream, die kommenden drei Level, die wir spielen werden. Und es wird, äh, Glorreichs, habe ich mir sagen lassen. Äh, ein Stern. Ich gehe davon aus, dass einfach irgendwer davon, einer von den freundlichen Herrschaften hier irgendwo einen Schlüssel bei sich tragen wird, oder? Das ist jetzt das, was ich vermute. Habe ich mir sagen lassen? Mir? Ja. Ja. Scheinbar noch nicht. Frau Doktor, einen wunderschönen guten Abend. Ich würde jetzt fragen, wie ist die Lage? Und natürlich den Robin halt nicht zu vergessen. Ich dachte, wir dann auf einmal unter Tisch fallen lassen. Wo kämen wir dahin? Moment, da geht mir das hier. Habe ich es jetzt wirklich geschafft, alles umzubringen, außer den einen, der meinen Schlüssel hat, oder? Ach, muss ich hier hin? Äh, äh, wie toll. Ein Traum. Todesschabe, grüßt sich. Hi, schönen guten Abend. Willkommen zu, wir trinken grünes Zeug aus eiskalten Bechern. Ich habe schon gesagt, wie fantastisch Crush-Eis ist. Das ist das Beste, was es auf diesem Planeten gibt. Abgesehen selbstverständlich von euch. Wo ich meine Frau natürlich mit zuzählen, nicht, dass sie sich gleich hintergangen fühlt. Und Übergang. Ja klar, Stuhl leer. Ich drehe mich um, Stuhl leer. Das war's. Mach deine Cocktails gefälligst alleine. Und, äh, komm klar, Alter. Komm klar. Sehr, sehr cooles Level. Also, weißt du noch? Secret ist easy? Ach, easy, easy. Easy ist gar nicht da. Wir spielen easy's Level. Easy. Ach, easy. Kommt easy wohl heute? Stimmt, am Wochenende ist easy selten da. Na, muss aber gucken. Passt. Ab wieder. So. Guck, was hier so von Stadt hingeht, habe ich mir sagen lassen. Och, easy. Wieder easy noch Gina da. Ich kann überhaupt kein Anschreien. Das ist ja grausam. Dann beschwert sich Frau gleich wieder, wenn sie schuld ist. Plötzlich Michael Jackson. Geile Scheiß. Was? So lange her, glaube ich, dass ich das letzte... Dass ich das letzte Mal ein Easy Level gespielt habe. Es ist eine Weile, eine Weile bereits hinter mir. Ich muss mich erstmal warm spielen, habe ich das Gefühl. Nachdem ich jetzt ja gerade erst fertig geworden bin mit Lost Levels... ...muss ich mich erstmal wieder daran gewöhnen, irgendwas zu spielen, was in irgendeiner Form human ist. Was für Menschen gemacht ist und nicht für leere... ...Roboter-Hirne oder vielleicht auch Geisteskranke. Ah, Hilfe. Weg. Geh fort. Ich gehe davon aus, dass ich warten muss. Ja, ja, dieses punkteintauschen-System da ist sowieso irgendwie mehr schabernack als alles andere. Ich glaube, der Einzige, der da jemals noch gefragt hat, war damals immer Fabrizio irgendwie. Also, es klang jetzt so ab, weil Fabrizio... Ich glaube, das hat genau eine Einzige... ...eine Einzige Person jemals interessiert. Das ist Quatsch eigentlich. Das ist auf absoluten Blödsinn. Guckst du oft, du kannst meinen Stream, dann werden wir Freunde auf Facebook. Max, hey, schön gönant. Oh Gott. In deinem Level, ich glaube, dein Level hat überhaupt noch keiner gespielt. Beziehungsweise sind wir noch nicht durchgespielt. Das heißt, es sollte nicht so schwer sein. Und nein, ich werde Level nicht deswegen mehr als einmal spielen. So ist das nicht vorgesehen, Raffi. Wie wieder Kruzschau, genau. Äh, Facebook. Äh. Äh. Das letzte Mal, dass ich meinen... Wobei, den Facebook-Kruz-Account, der ist mittlerweile zumindest für Livestream-Ankündigung wieder genutzt. Äh, ich weiß, was los ist. Irgendwie fehlt mir... Irgendwie fehlt mir ein P-Switch. Aber das führt mich ja nur im Kreis, oder? Das führt mich nur im Kreis. Äh. 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 Wahrscheinlich dann am besten so machen, ne? Ja, wir machen das... Besser, lieber schöne Ruhe, wie immer. Ist ja mein zweiter Vorname, ist ja Ruhe bekanntlich. Passt. Machst du heute erst noch... Achso, ach, hast du über die Woche überhaupt... Ich weiß gar nicht, ob während der Woche, jetzt wo du weg warst, überhaupt viele Tore während der Streams gefallen sind. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also, Russland nachholen musste, glaube ich nicht. Müsstest mich sowieso immer noch Russland irgendwie meilenweit führen, wenn ich jetzt schätzen müsste? Von dem ersten Spieltag oder so? Irgendwie sowas in die Richtung. Oder ist da irgendwer noch in die Nähe gekommen? Was seht ihr? Ich hoffe, dass... Ich hoffe jetzt mal einfach, dass wir in 20 Jahren alle in der Switch haben. Und dann, äh, dann Mario Mecker auf der Switch spielen oder sowas. Aber falls nicht, selbstverständlich würde ich dafür meine Wii U behalten. Wir haben nur drei im Stream? Echt? Wer hat denn mehr? Wer führt denn im Moment? Wer führt den Stand, Stand deinem jetzigen Stand? Stand deinem jetzigen Stand? Gimmi, Gimmi, Gimmi. Yes. Jungboxer, grüßt sich. Schönen guten Abend. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er kein Deutsch spricht. Ich weiß nicht warum. Das ist so mein Gefühl. Wir grüßen trotzdem mal vorne. Mario Kart, nochmal für die Leute, die es womöglich noch nicht mitbekommen haben, werden wir Ende der kommenden Woche machen. Also, wenn ich so auf den Kalender gucke, wahrscheinlich am 12. oder am 14. Weil ich wahrscheinlich am Freitag den 13. leider nicht kann. Und selbst wenn, würden wir selbstverständlich Horror-Spiele schmieren. Ja, wohl auch Anspruch. Also am 12. oder 14. Ich weiß noch nicht genau, ich werde das dann im Streamplan direkt am Sonntag, werde ich das dann sagen. Und da angeben, da könnt ihr euch eine Woche drauf vorbereiten. Und am Donnerstag oder Samstag Sinn ist Mario Kart. Hier hat jemand kreischen gehört. Das war ein Hund. Ich dachte schon, ich hätte Gruppies. Wir haben irgendwann auch sehr, sehr viele englische Leute hier. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich hatte irgendwann mal das Gefühl, dass manche Stream-Veranstaltung auf Englisch fälschlich umgestellt worden sind. Automatisch von Twitch. Aber Basketball. Yes! Für mehr Gimmick-Level. Achso. Ah, ja. Yes. Guckt, ich bin Lebron, Alter. Ich wechsle jetzt auch nach Los Angeles. Der Kalender direkt angekreist. Beide Tage. Ich würde jetzt mal schätzen, wahrscheinlich tendenziell eher Donnerstag. Weil es ist meistens so, dass es jetzt Erfahrungen und dann nicht wegen Klicks oder so am Scheiß, sondern euch zuliebe. Erfahrungsgemäß haben eher Samstag weniger Leute Zeit. Wenn ich mir so die Resonanz bei Streams angucke, ich denke mal, dass es für die meisten geschätzt besser wäre, wenn wir Donnerstag spielen. Aber das ist eine Vermutung. Wenn ich mich jetzt anderweitig überzeugt, machen wir uns auch gerne Samstag. Nein, was tue ich? Space Jam 2, yes. Oder einfach direkt hier Dingenskirchen. Ich möchte gerne... Oh! Ich möchte gerne... Sind die noch am Arbeiten? Die müssen doch bestimmt noch dran am Arbeiten sein. Ich möchte gerne ein Charakter sein in... Check-Fu 2. Da möchte ich gerne ein Charakter sein. Wie viel muss man zahlen? Wie viel muss man an Shaquille und Nils zahlen? Dass man Charakter in Shaq Fu wird? Das ist die Frage. Das sind die Fragen... Moment. Ne, das muss ich nicht tun. Versuch, was wir... Shit. Nein, nein, keine Zeit. Nein, ach komm schon! Verkaufen... Der Bot funktioniert. Ja, ja. Glaube ich zu... Also Lukas... Ja, 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 ja. Klar, Lukas Leveled hat... Äh, nicht Lukas, sondern Raffis Leveled hat funktioniert. Lukas glaube ich auch, ja. Nein! Alles raus... Shit, du fuck, Alter. Es ist fantastisch, oder? Zumal... Also gerade wenn der Preis der Konsole nicht durch irgendwelche... Durch irgendwelche... Zwischenverkäufer künstlich in die Höhe getrieben wird... Ich bin ein großer Fan der Konsole. Ich wünsche dir viel Spaß. Vor allem natürlich mit Super Metroid. Und das. Oder was? Stimmt, bei dem Komma fehlt das Björn. Das heißt Björn-Komma. Korrigiere das bitte. Ich hätte keinen Checkpoint. Das wäre jetzt doof, wenn keiner käme. Ich möchte gerne das haben. Können wir irgendwie... Das riecht nach P-Switch. Nein. Oder das. Okay. Ist wohl schon mal in einem Mario in einem Basketballspiel passiert? Glaube schon. Ich denke schon. Irgendwo in... Sagen wir mal willkürlicherweise Portland oder so. Gibt es in Portland eine Basketballmannschaft? N64 Mini wäre interessant, allein schon wegen der Controller. Ich weiß nicht. Stell ich mir schwierig vor, aufgrund eben dieser Tatsache. So grundsätzlich von der Konsole her... Ja. Absolut. Zu 100%. Oh shit. Zu 100%. Habe ich eine Reset-Tür? Absolut zu 100%. Aber den Controller, den müssten die wahrscheinlich komplett neu machen. Den wollen die... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das alte... Dass sie die alten... Patente quasi einfach nur weiter nutzen würden. Ansonsten würde ich es gerne nehmen. Mein Matchtorn ist schon kurz angezogen. Ich wünsche dir viel Spaß. Vor allem blind. Wobei du hattest ja hier dann in den Watts und in den Streams immer den besten Lehrer schlicht gibt. Number One. Ach, das war's. Ja, gar nicht scheiße. Yes. It's a me. Number One. Mini Controller, das wäre schlimm. Für meine Hände. Wie viele Leute sind angepisst von dem Geräusch? Soll ich nochmal machen? Der war sehr lecker. Hab dann. Was natürlich cool wäre, irgendwo, wenn die sowas ähnliches dann machen würden wie den Gamecube Controller, der dann, um mit Satan zu hören, dann, jetzt geht es aber los. Der dann, im Grunde genommen, ich verstehe nicht so ganz, was passiert. Wir nehmen das mal einfach so. Na, grüß, hey, grüß hier. Der Schroth ist extra wegen dir aus dem Schrank geholt worden. Wenn die den Gamecube Controller dafür nehmen würden, die haben sie die nicht eigentlich angekündigt, auch für die, für die Switch und für, Dingens, für Smash. Da könnte man, ich meine, gut, wenn sie den nachbauen, können sie auch direkt den N64-Controller nachbauen, ne? Wenn man da jetzt mal so drüber nachdenkt, möglich wäre es. Möglich wäre es. Hawaii-Am-Tür mich übrigens auch versucht zu bekommen. Allerdings, äh, wäre mir das dann zu teuer. Ehrlich gesagt, ein Hemd für einen Arm für, weiß ich nicht, 20 oder was Euro. Nee, nee, musst du nicht sein. Sagen lassen, dass die Leute, die große Hände haben, den N64-Controller auch einfach in einer Hand halten können. Also, dann, im Grunde genommen, weißt du, so einmal quer halten können. Das ist das, was Leute tun. Mit großen Händen. Warum man das tun würde? Ich habe keine Gottverdammte Ahnung. Am Anfang ist ein Pils, ein Dev-Pils. Cheater. Guck ich leider. Ganz am Anfang auf der ersten Insel, oder was? 16.666 Views, yes! Und ich habe es nicht mal mehr live mitbekommen. Genauso wenig, wie die 500 Follower live waren. Komm schon. Ich wollte sowieso sterben, natürlich, weil ich wollte ja den, ich wollte ja den Pils holen. Ich tue dich alles abziehen. Hier ist ein Pils? Da ist jetzt in den Pils. Heilige Scheißen. Nur Lümmel. Wie war das Heil-Satanas-Abraxas? Ich weiß überhaupt nicht, was ich immer mehr, was das heißt. Ich habe das nur irgendwann mal gehört, als ich noch cool war, oder so. Das Leute, die Crash Bandicoot mit ungedrehtem Kontrollerspielen, stimmt ja. Es gibt auch Leute, die bei SGDQ blind ein Level spielen, ein Level, das sehr, sehr stark nach einem Kaizo-Level aussieht, und dann hinterher zugeben, dass es ein Autoscholar-Level war. Also ein Autoscholar-Level. Gibt es auch. Absolut. Ist passiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich haben sie gekriegt mit dem Trick. Ich habe gedacht, es wäre echt. Kamele oder P-Switch? Oder umdrehen. Zwie, danke fürs Hosten. Und natürlich einen schönen guten Abend an die vier Lurker von Zwie. Ich gehe jetzt mal einfach erst mal zurück. Und dann mal gucken, was passiert. Kriege ich hier einen P-Switch? Für was sind die hier oben? Ah, vielleicht kriegen wir den noch raus. Mal gucken. Verspende guter 1 und 2 sind gut. Möglich. Ein P-Switch versteckt gewesen. Okay. Das hat mich jetzt umgebracht. Habe ich irgendwas nicht gesehen? Ich habe gerade sowieso... Ich habe auf den Chat geguckt, zugegebenermaßen. Okay, also. Wir gucken nach einem P-Switch. Was war ich gerade im Erzählen? Ja, Crash Bandicoot. Nee, alles scheiße. Ich habe damals, als wir die Insane Trilogy angespielt haben und Teil 1 durchgespielt haben, was ich bis heute nicht verstehe, wie ich das durchbekommen habe jemals. Ich habe damals dann auch angefangen zum Testen, den zweiten Teil zu spielen. Allerdings habe ich dann irgendwann frustriert und entgeistert aufgegeben. Es war anfangs war das so, dass die wirklich viele von den Sachen, über die ich mich in Teil 1 beschwert habe, behoben haben. Aber, da kann ich einfach drunter, ne, ja. Aber, irgendwann, keine Ahnung, irgendwann ging es mir dann wieder auf den Sack. Da habe ich es gelassen. Moment, ich brauche einen Pow-Block, ne? Ich brauche einen Pow-Block für den Typ da hinten. Bin ich den Pow-Block hin? Nein, das ist die Frage. Das ist derselbe Raum, ne? Ist das derselbe Raum? Sag mir bitte nicht, dass das ein frame-genauer Sprung ist. Weil den würde ich nicht machen. Oder ist hier wieder irgendwo irgendwas versteckt? Brauche ich einen Pow-Block oder ist das ein frame-genauer Sprung? Wenn es ein frame-genauer Sprung ist, lasse ich es sein. Das war ein anderer Raum, der sagt genau so, okay, verstehe ich. Also, ist da deine Pow-Block drin? Ich hoffe jetzt mal einfach. Äh, machen wir gleich. Bastio. Was abenteuerlich ist, wie zum Beispiel aufs Zentralei. Sind zentrale Eier für dich abenteuerlich? In meinem Alter ist das normal. Frag mal Lance Armstrong, der hat nur da deine. Willkommen bei, kurz macht geschmackvolle Witze. Okay. Eine Münze brauche ich noch, die war hier. Ah, du Arsch. Wollte unter dir her. Ah, yes. Geht doch. Lobt doch. Totis, was? Kommt gut, klar. Kaputt. In-game restart, ja, ist fantastisch. Ja, wobei, ich sag mal, bei der Hitze, vielleicht ist er einfach nur überhitzt. Schliesslich, der Raum sieht überhaupt nicht aus wie der erste. Eier schmecken gut mit Simms-Soße. Ob ich das so glauben soll? Ob ich das so glauben soll? Und dem Klang nach weiß ich, glaube ich, was für ein Cocktail jetzt kommt. Und es wird fantastisch. Da freue ich mich, der freut mich die ganzen Tasche auf. Ja, ich kenne diese eine Simms-Soße-Sache. Meine Oma macht das, hat das früher mal ganz gerne gemacht. Ich finde, die Schwierigkeit geht eigentlich. Wenn ich mich mal konzentrieren würde, ginge das eigentlich. Aber nüchtern betrachtet, wer will sehen, dass ich mich konzentrieren, das geht eigentlich. Ich habe schon sehr viel, sehr viel, sagen wir mal, sehr viel unfreundlichere Level gespielt. Das passt schon. Ich könnte ja mal zuerst jetzt rechts reichen. Ne, wir gehen erst nicht. Wir bleiben so. Wir haben einen Verfekt-Murrito, wir haben einen Morrito. Ey, der ist auch grün. Mit frischer Minze und frischen Limetten. Nein, die Scheiße, jetzt bin ich mal gespannt. Wird der schmecken? Das probiert. Oh. Oh. Da werden wir jetzt aber mal, da werden wir aber mal uns in dezenter Zurückhaltung üben, etwas. Heilige Scheiße. Frauke sagte, sie wusste nicht, ob das zu viel ist, weil sie hatte keine Mengenangaben in dem Fall. Das merkt man. Aber lecker. Schön frisch. Und so wie alle gesagt haben, doch mit Minze. Guck. Hat sie doch quasi, hat sich quasi das Wagen genutzt, ist natürlich Alkoholfrein. Ist selbstverständlich zu viel Minze drin. Jetzt aber Konzentration, soll ich hab jetzt, jetzt will ich nicht mehr. Jetzt machen wir mal einen konzentrierten Run, pass mal auf. Oder Rum vielleicht. Ich mag eigentlich auch so gerne Minze. Weißt du, was ich nicht mag? Ich mag, glaube ich, Minze in warmem Essen nicht. Kalt geht das eigentlich. Wobei ich auch Pfefferminztee mag. Warum würde ich den da hinlocken? Die Stelle ist aufgrund der Geister sehr schwer. Stärkere Koks. Das sind nicht die Leute bei Twitch hören. Die nehmen mich offline, Alter. Konzentrieren mach ich nie, Luca. Weißt du doch. Siehst du doch. In was für warmes Essen packt man Minze? Kennst du nicht? Minze oder so? Hab ich schon häufiger gehört und gesehen und auch gegessen. Geschmeckt hat's mir nie. Zu gegebenermaßen. Ach, Gott. Oh, der ist fies platziert. Der ist fies platziert. Ja, klar. Wenn man nicht getroffen wird, kann man den Pilz mitnehmen. Das machen wir schon. Warum ist man hier eingeschmert? Ich habe Minzsoße zum Beispiel im Zusammenhang, glaube ich, gesehen. Mit Steaks, kann das sein? Warum man das essen würde? Ich habe keine Gottverdammte Ahnung. Aber ich weiß, ich glaube, ich bin mir sicher, dass es das gibt. Wir kommen voran. Wir kommen voran. Ich gehe nicht vergessen. Gehe ich mir das jetzt am besten an. Yes! Minze super warm und kalt. Ja, ich sage mal, in Tee, wie gesagt, gerne. Aber ich finde, dass manche Sachen für mich, für meinen persönlichen Geschmack nicht zu warmem Essen passen. Ich habe da noch so ein paar Sachen irgendwie. Ich weiß nicht, nicht nur Minze. Das sind noch ein paar andere Sachen, die ich nicht so gerne in Essen mag. Honig zum Beispiel. Ich bin jetzt nicht so der Fan davon, Honig in warmem Essen zu haben. Das war knapp. Nein! Nein! Du Vollhorst. Was ein dämlicher Sch... Was? Ich war so gut. Ah, egal. Machen ich einen Curry? Also, sicherlich Geschmackssache. Aber ich persönlich mag es nicht. Bockwurst in Nutella. Oh ja. Das zum Beispiel schon sehr viel eher. Wer macht denn sowas? Ja. Ja. Klingt das hin? Da ging keine Kurzrage. Doch. Beziehungsweise, dann warst du bei Lost Levels. Offensichtlich nicht da. Da gab es reichlich davon. Aber reichlich. Ansonsten, ja, ich... Im Moment versuche ich mich lieber auf die positiven Sachen zu konzentrieren, ja. Alles andere ist immer so fürchterlich anstrengend. Und laut. Und doof. So. Ja, wobei, habe ich jetzt auch nichts von. Das bringt mich auch nicht weiter bei dem Schwung, Jens. Aber wir lernen, aber wir lernen. Okay. Das hat gerade funktioniert, also funktioniert es jetzt auch. Okay, ja. Äh? Checkpoint oder Ende? Ja, okay. Leben wir gerne. Die Mario 64. Ja, das ist immer so nervig, weißt du, weil... Du willst dann... Im Grunde genommen, in dem Stream willst du ja dann auch, weiß ich nicht, halt Leuten was zeigen. Ja. Spiel spielen. Und nicht nur... Ein und dieselbe Stelle anderthalb Stunden lang spielen. Aber das... In dem Fall war das so. Und das war fürchterlich. Für mich. Es gibt mir sicher Leute, die sowas sogar gerne sehen. Ich gehöre nicht zu eben. Yes! Wer braucht schon Feuerblumen, wenn er auch einfach so gut sein kann wie... Nein, natürlich nicht. Schickes, kleineselbe. Das Einzige, was ich glaube ich... Was ich persönlich vermieden... Dankeschön. Das Einzige, was ich wahrscheinlich vermieden hätte, wären die versteckten Blocks, ehrlich gesagt. Aber... Ansonsten, passt. Ey, guck, ey. Ich hab sogar deinen Weltrekord geschafft. Ich hab deinen Weltrekord geschafft. Getanzt? Wir tanzen nicht. Wir sind ernste Menschen. Ernstliche und brave kleine Pandas. Wie soll denn sowas funktionieren? Ist das jetzt abgehakt, das Level? Ich weiß gar nicht, wie diese Datenbank da jetzt funktioniert. Ob das Level jetzt dann auch in dieser Datenbank als... Als gespielt eingetragen worden ist. Abschlussrate 0. Das war immer meine Lieblingslevel. Aber ich mein, das Level ist ja noch sehr neu. Wollen wir aber nicht so sein. Stream for Sharks, Just Dance, genau. Das heißt, Julian, das heißt natürlich, wo bleibt Just Dance. Wenn ich dich mal korrigieren darf. Muss man erstmal so hin. Ich glaube, ich sehe, was gemeint ist mit. Ich soll mich konzentrieren. Nee. Nein, nein, nein. Hör doch auf! Zu, zu, zu wabe. Nein! Wabe dich an etwas anderem als der Wand. Ist einfach... Eye Frames. Eye Frames for the win. Wenn ich Glück habe, ist der Level danach zu Ende. Jetzt aber wahrscheinlich nicht... Nein! Dumm. Ey, der Ausrufezeichen, wo bleibt? Das ist eigentlich eine gute Idee. Der sowieso immer schon mal gucken nach irgendwelchen, nach irgendwelchen, nach irgendwelchen Commands. Die Timeouts machen, oder? Es gibt einen. Einen habe ich eingerichtet. Mal gucken, wer den zuerst findet. Mal gucken, wer den zuerst findet. Und nein, das ist jetzt keine Herausforderung für jetzt. Ich würde mich sehr, ich glaube, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn der natürlich gefunden werden würde. Shit. Nun. Man fährt von der Stelle. weder noch davon haben wir von clips werden wir nicht sagen wenn ich da sah man guckt ihr guckt ihr in jedem fall den wort von sony aus der spaß an der stelle wo ich golf spiel glaube ich der größte scheiß den ich jemals gesehen habe das war glaube ich der größte scheiße in meinem leben jemals gespielt habe aber es ist nicht mal mehr sonderlich sonderlich weit hergeholt wenn ich das so sagen hier durchkommen getroffen zu werden habe ich hinten noch einen hit über fantastisch weiß nicht wie ich hier durchkommen soll ohne getroffen zu werden ich erwarte dass noch ein boss kommt das andere würde mich erraschen überraschen tipp geben für den command meines jetzt mal langweilig also ich sag mal vielleicht ist es schon tipp wenn ich sage dass ich davon ausginge wenn es jemand finden würde meine erwartung an denjenigen des zuerst finde ich tippe oder würde am ehesten tippen auf fabrizio oder gina das muss tipp genug sein ja die lache ist patentiert